Das ist der kinder Beat to go Hey na, hier ist der Negativ Chief mit einem weiteren Let's Play und zwar Far Cry 3 Wir spielen die Story Es ist ähm, hier äh, neues Spiel Spielstand 1, ok Ähm, wir machen mal Meister, nein Scherz Wir machen mal hier, ähm, Überlebender Äh, und ich habe gerade angespielt so einen ersten Part, aber ich habe so oft gefällt, deswegen Ich habe auf, ähm, wie heißt das, gestellt Also halt eine Stufe weiter Und das war mir dann doch ein bisschen zu Hardcore Hard, Hard, Hardcore Ups Ja, 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 ja in the world wie ja und ja zum 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 zumal das Problem ist es kann sein dass ich hier leise machen muss Weil, ähm, Copyright, ne? Bei Borderlands 1 muss ich das auch schon machen. Leider. Aber, das passt wahrscheinlich schon. Einfach eingeschlafen? What? Ah, Mann. Ja, Jungs, weil die sind cool. Ja. Springt aus Flugzeugen raus. Fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich meinte es halt. Ist echt ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grand? Ich bin hier einfach mal leiser. Jason. Wir zocken hier den Jason. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer ausseht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, Bassert. Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Halt dein Maul! Ich bin der mit dem Scheißschwanz! Guck mich an! Direkt in die Augen! Nö. Aber, Hermano, hier unten, hier unten, ist es vorbei. Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir das Geld wagen. Was? Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Bis dann. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein? Oh, du hast eine wunderschöne Mundbinde. Oh, deine Fressen sind so fesselt. Ich kann jetzt schon mal sagen, das ist so ein unnormales Weichei. Also, ähm, wer ist der? Jason. Das ist Grant. Den würde ich lieber spielen, weil Grant ist cool. Und Jason ist schlecht. Ähm, jetzt ist Jason der Rulung. Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen fippen. Wie? Ich arbeite dran. Ja, ey. Ruf die Wache. Ruf die Wache. Hey, komm mal her. Hey, du Pische. Komm mal her, du Pisser. Ne. Das ist wundervoll. Ich folge dich, mein Friendly Boy. Scheiße, 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 scheiße. Wir müssen hier vorbeigehen. Dann machen wir mal ducken. Dann gehen wir hier vorbei. Und machen wir wieder ducken. Oh, Mann. Wolf ist nett, Mann. Ich flück doch nicht. Sei nicht so ein Idiot. Was ist denn das? Meine Eltern haben Geld für die Kinder hier anzunehmen. Okay. Weil du schlecht bist. Und deswegen musst du das machen. Oh, das bin ich auch. Schau mich an. So habe ich mir das Piratensein nicht vorgestellt. Ich bin nur die ganze Zeit in der Hocke, du Pisser. Scheiße. Hunde. Warte, stopp. Zeit für den Hund. Ich bin nur die ganze Zeit in der Hocke, du Pisser. Ich bin nur die ganze Zeit in der Hocke, du Pisser. Scheiße. Okay, okay. Ich habe mich gerade so ein bisschen gekratzen konnte, gerade nicht anders. Und habe das auch gar nicht wirklich registriert. So. Nimm unser Zeug und die Karte. Und das Handy da auch. Mache Meldung. Hey, ist einer on? Lass uns weitergehen. Halt an. Was? Halt an. Jetzt müssen wir da rüber ein sexy Steinchen werfen. Okay. Weg. Was zum? Hä? Habe ich mich verhört? Ich das hasse. Hä? Warum ist der nicht weitergegangen? Weg. Was war das? Okay. Funktioniert. Dann los. Okay. Ich komme. Scheiße, Mann. Und jetzt einmal die Aufmerksamkeit nach rechts richten. Deine Mutter. Zack. Ist er tot. Scheiße. Oh Gott. Ich kenne das nicht, Grant. Jay, 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 Jay. Sieh her. Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay. Tut mir leid. Oh Gott, das sind echt viele, Mann. Das ist dieser Psycho. Und dann macht er dich. Ich sag's dir. Wir haben die ganzen Nacht gew Hauts. Leider. Los, los, los. Ab ins Grünzeug. Ja? Gute Idee. Wahrscheinlich wird sie gleich High und so. Was macht denn der da oben? Ah, da ist der Gas anscheinend. Ich bin unschuldig. Nein, bitte. Checkpoint erreicht. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab nicht versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Gramp. Gramp. Nein, bleib bei mir, Gramp. Ich geh jetzt hier sterben. Halt durch, Gramp, halt durch. Oh Gott. Nein, nein, nein. Schenk mal. Gramp, Gramp. Das gefällt mir. Nein, ich respektier das. Ich geb dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann nicht. Mal los. Was? Bist du taub? Ich sag, Herr Haufer, wir griffen ab, du Feigersack. Lauf, Forrest! Lauf! Fuck! 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 Und einmal hier runterrutschen! 20.000 Euro, bitte! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Laufen hier durch. Weiter hier durch. Mal hier lang. Hui! Ich möchte hin, wir... Wo müssen wir hin? Dahinter müssen wir hin. I have schon gedacht. Ich muss da hoch! Da hoch! Da hoch! Da hoch! Hat er das ernsthaft gerade gesagt? Da hoch! Nice. Cool. Wundervoll. Ich muss Riley und die anderen finden. Okay, da war grad ein Face Ray. Ich möchte das hier im Leben sein. Oder... Oder auch nicht. Behocken. Wenn ich Pech habe, sieht mich gleich ein Hund. Ja! Nicht! Du Pisser! Du hast mich nicht... Nimm das Messer, du Pisser! Komm! Nimm das Messer da raus! Ey, er ist so dumm. Er ist so hässlich dumm. Pff! Yeaah! erhöева! Überquere die Brücke. Ah! Ich wusste es! Ok! Nein! Haben die gar nichts! Haben die gar nichts! « gonna die guys! GERAA går ARNIT! Das war anscheinend gerade der Prologue. Eine Ubisoft Montreal Production. Far Cry 3. Erfolgsfrei geschaltet. Erstes Blut. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Du Play, äh, Aktion, wer nicht? Okay, wundervoll. Ähm, aha, im Handbuch steht irgendwas. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ähm, ich hoffe, es hat euch dieser Part gefallen. Ich versuche meine Let's Plays immer besser zu gestalten, immer, ja, weiter auszubauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr neu seid, dann lasst doch bitte ein Abo da. Ja, denn ich bin ein kleiner YouTuber und ich würde mich echt freuen über neue Abonnenten. Abonnenten. Ähm, und ich denke, ihr schafft das, auf den Abonnierknopf zu drücken. Ähm, lasst am besten auch noch ein Like da. Ein Vorwo am besten noch. Ja, ich bedanke mich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer fucking geiler Negativ Chief.